Mein Name ist Kira Splitt und ich bin die Landeskoordination des LSBT-AQ-Bildungs- und Aufklärungsnetzwerks Schlau in NRW. Zudem bin ich im Vorstand von Queere Bildung e.V., dem Verband der Projekte, die mit ihrer Arbeit Jugendliche und Erwachsene für LSBT-AQ-Themen sensibilisieren, Homo- und Transfeindlichkeit abbauen und wirksame Menschenrechtsarbeit leisten. Die Initiierung und Umsetzung eines Aktionsplans, wie von den Grünen beantragt, ist eine wichtige und notwendige Positionierung gegen Diskriminierung und Gewalt. Der LSBT-AQ in der Bundesrepublik ausgesetzt waren und auch 2019 noch immer sind. Ich unterstütze alle Bereiche, die im Antrag formuliert sind, priorisiere in meinem Statement aber mein Schwerpunktthema, die LSBT-AQ-Bildungsarbeit, die das Ziel verfolgt, über Dialogräume, Berührungsängste gegenüber LSBT-AQ abzubauen, Wissen zu vermitteln und Diskriminierung präventiv zu begegnen. Die Bildungsprojekte zu geschlechtlicher und sexueller Vielfalt fußen bundesweit auf dem ehrenamtlichen Engagement zum Großteil junger LSBT-AQ. Bundesweit sind etwa 800 Ehrenamtliche im queeren Bildungsbereich tätig, um Workshops zu den Mechanismen von Diskriminierung zu geben, um physischer und psychischer Gewalt vorzubeugen und im Respekt und Akzeptanz von geschlechtlicher und sexueller Vielfalt zu fördern. Die Bildungs- und Antidiskriminierungsprojekte von queere Bildung sind häufig das erste und einzige sachliche Informationsangebot zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt für Jugendliche und Erwachsene vor Ort. Vorurteile werden über methodische Zugänge sowie die Begegnung mit LSBT-AQ in den Bildungsveranstaltungen wirksam abgebaut. Die Ausgangsbedingungen für diese Arbeit sind je nach Bundesland und Sozialraum sehr unterschiedlich. Während es in einigen wenigen Bundesländern landeskoordinierende Stellen für die lokale Bildungsprojekte gibt, wie beispielsweise meine Koordinationsstelle in NRW, über die auch Fortbildung und Vernetzung sichergestellt ist, agieren viele dieser Bildungsprojekte ohne nennenswerte finanzielle Unterstützung. Gerade Projekte im ländlichen Raum haben es häufig schwer, sich aufzubauen, zu etablieren und Rahmenbedingungen zu schaffen, die eine Kontinuität der Workshop-Arbeit sicherstellt. Kommunale Förderung für die Bildungsprojekte sind weiterhin die Ausnahme. In einem Großteil der Projekte basiert nicht nur die Bildungsarbeit selbst, sondern auch das Ehrenamtsmanagement, die Ansprache von Schulen und Jugendeinrichtungen, sowie die Öffentlichkeitsarbeit der Projekte auf ehrenamtlichem Engagement. Es braucht dringend eine Stärkung der lokalen LSBT-AQ-Bildungsarbeit, besonders im ländlichen, strukturschwachen Raum und in Bundesländern ohne Landesförderung für diese Bildungsarbeit. Nur so können überall Bildungsveranstaltungen stattfinden, in denen sich Menschen mit LSBT-AQ-Feindlichkeit und Mehrfachdiskriminierung auseinandersetzen. Daher muss die langfristige Strukturförderung queerer Bildungs- und Aufklärungsprojekte Teil des Aktionsplans für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt sein. Wenn Projektmittel wegbrechen, stehen häufig über Jahre gewachsene Strukturen vor dem Aus. Andere Projekte bekommen gar nicht erst die Chance, sich durch Fördermittel zu verstetigen. In dem formulierten Antrag steckt das Potenzial, LSBT-AQ-Feindlichkeit mittels Wissensvermittlung und der Bereitstellung von Dialogräumen wirkungsvoll zu begegnen. Bildung ist ein wichtiger Eckpfeiler für die Vision eines gesellschaftlichen Miteinanders, das frei von Diskriminierung ist. Auf Basis dessen muss queere Bildungs- und Sensibilisierungsarbeit für unterschiedliche Zielgruppen, unabhängig vom Bundesland, städtischem oder ländlichem Raum, sowie privilegierter oder wenig privilegierter Kommune zugänglich sein. Vielen Dank.